Hallo ihr Lieben, heute ist Dienstag und auf Wunsch meines lieben Patenkindes Levi zeige ich euch heute, wie ihr im Homeoffice oder im Homeschooling natürlich während der Pausen im Wohnzimmer surfen könnt. Viel Spaß dabei und auf geht's! Los geht's! Surfen im Wohnzimmer, ganz einfach, wichtig, ein guter Stand und dann nicht zum Säge folgen, ich hab's noch nicht so gut aufgepumpt gekriegt, sondern, ich stell euch hin, nehmt die Schnur und zieht das Säge zu euch! Recheln dabei, dann geht's los! Surfen im Wohnzimmer! Kannst du euch nie was anderes gemacht? Draußen schneiden! Gut ihr Lieben, viel Spaß dabei und dann wieder ab an den Schatten! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!